Hallo, mein Name ist Franziska Knuppe und ich präsentiere euch heute die neue Ausgabe der Myself. Zum einen bin ich eine riesen Fan der Myself und zum anderen komme ich darin vor. Und dieser Rubrik werden regelmäßig Menschen porträtiert, die in der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel Schauspieler, Schriftsteller oder eben auch Models, so wie ich. Und zwar zusammen mit einem Familienmitglied und bei mir ist es meine Mutter. Es geht um die Themen Familie, Erziehung, arbeitende Mütter, womit ich ja aufgewachsen bin, weil meine Mutter ist Kinderärztin und hat ihr Leben lang gearbeitet, auch als sie zwei Kinder großgezogen hat. Und ja, wie funktioniert das? Wie mache ich das? Wie macht es meine Mutter oder hat es meine Mutter gemacht? Denn ich bin ja auch voll berufstätig und habe eine zehnjährige Tochter. Ja, und dazu wurden wir getrennt voneinander befragt. Was sehr interessant ist, weil da kommen manchmal sehr überraschende Antworten und Eingeständnisse auch bei heraus. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich denke meiner Mutter auch. Also bitte lesen. Meine Ich-Zeit. Ich finde das ein sehr mutiges Thema deswegen, weil zum Beispiel eine Frau einfach von heute auf morgen ihren tollen Job gekündigt hat, mit dem sie sehr zufrieden eigentlich war, denn es war ihr Traumberuf. Aber in ihrem Kopf wuselte doch etwas anderes herum. Und ja, was dabei herausgekommen ist und was sie jetzt macht, lest es euch durch. Was mich auch irgendwie betrifft, ist zum Thema Beauty. Wir sind schön. Denn wer bestimmt denn, was ist schön und wer ist schön? Die Gesellschaft? Andere Menschen? Zeitschriften? Männer? Wie gehen Frauen damit um, die erstmal nicht dem allgemeinen Schönheitsideal entsprechen? Zerkriechen sie sich? Oh Gott, deswegen. Denn nicht die Gesellschaft sagt, was ist schön, sondern wir selbst. Zum Beispiel diese tolle Frau, die mit Stolz und Selbstbewusstsein eine Glatze trägt. Oder diese tolle Frau, die mit Pigmentstörungen geboren ist und sich ja nicht verstecken und verkriechen oder einen Sack drüber ziehen kann, ohne es zu zeigen, weil man möchte ja sein Leben genießen. Es ist ein tolles Thema und ich denke, darüber kann man, jetzt fängt hier jemand an zu bohren, ist ja schrecklich, aber das ist halt so im Garten. Ich denke, darüber kann man gut diskutieren. Mit Urlaub. Und ich habe ja schon viel bereist in der Welt und bin immer wieder überrascht darüber, dass es Flecken gibt, von denen ich noch nie was gehört habe. Und zwar von einer wunderschönen sizilianischen Insel. Ein Geheimtipp. Ein Hotspot in Italien, wo zum Beispiel Giorgio Armani Urlaub macht. Ich denke, jetzt wird es bald kein Hotspot mehr sein, denn wenn wir darüber lesen, fangen wir alle mal hin. Und damit bin ich auch zu Ende mit diesem sehr, sehr schönen Heft. Ich hoffe, es hat euch Anregungen gegeben. Sofort in den Kiosk zu laufen und euch die neue Myself zu holen und sie zu genießen. Wie ich, unter meinem Kirschbaum, im Garten oder in der Hängematte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss, eure Franzi.